Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeden Tag backen GoP-Bäckermeister in der ganzen Schweiz über 140 verschiedene Brotsorten, die je nach Region den Wünsch der Konsumenten angepasst sind. Das grosse Angebot wird natürlich laufend verändert. Es kommen neue Brotsorten dazu, andere werden abgelöst für mehr Abwechslung im Brotkörbchen. Heute haben wir ein paar Leute zu unserer Studie eingeladen, ein paar Leute, die für uns GoP-Spezialbrot degustieren und beurteilen. Und ich sammle jetzt die Fragebögen ein. Wie hat es Ihnen geschmeckt? Wunderbar. Und Ihnen? Mh, es hat sehr viel Geschmack. Und Ihnen hat es sicher auch geschmeckt. Danke. Und Ihnen? Jetzt ist wieder mal etwas anderes. Dankeschön. Danke. Jetzt wollen wir gleich mal schauen, was da rausgekommen ist. Aha. Das Brot scheint ja offenbar grossen Anklang zu finden. Jetzt haben wir da noch einen. Ja, ein sehr gutes Resultat. Jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch noch verraten, um was für ein Brot es da geht. Es ist das Spezialbrot Dunkel. Ein gehaltvolles und herzhaftes Brot mit wertvollen Zutaten für eine gesundheitsbewusste Ernährung. Das Spezialbrot, das finden Sie seit einiger Zeit in allen GoP-Läden. Bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Mitmachen. Und wir machen jetzt weiter mit aktuellen Mitteilungen. Stricksachen sind nach wie vor in und in Ihrem GoP-Warenhaus auch noch besonders günstig. Hier ein paar Beispiele aus der topmodischen Pullover-Kollektion für Sie, für Ihnen und für die Junioren. Und jetzt kann ich Ihnen einmal mehr einen echten Erlebnis-Hit mit Popularis vorstellen. Eine Traumreise mit Swissair-Linienflug nach New York, Florida und Washington mit einem fantastischen Ausflugs- und Besichtigungsprogramm. Neben Stadtbesichtigungen von New York und der Hauptstadt Washington steht Disney World bei Orlando in Florida mit dem futuristischen Epcot-Center auf dem Programm. Ein Höhepunkt ist sicher der Besuch vom Weltruhmbahnhof Cap Canaveral unter der Führung von Bruno Stanek, wo Ihnen alle Fragen kompetent werden können. Drei von diesen Popularis Erlebnis-Traumreisen finden im Mai statt. Eine weitere im Juli-August während der Summerschulferien und eine im Oktober während der Herbstschulferien. Alles weitere, was Sie darüber noch wissen möchten, erfahren Sie in der GoP-Zeitung dieser Woche oder am Schluss dieser Sendung. Und jetzt geht es weiter mit dem GoP-Rezept dieser Woche. Die GoP offeriert Ihnen das ganze Jahr ein grosses Angebot an gesunden Äpfel. Benützen Sie die knackige Vielfalt doch auch ein bisschen mehr zum Kochen. Ich habe Ihnen ein glattes Rezept. Für vier Personen 800 Gramm Äpfel schellen, halbieren, das Kernkrius rausnehmen und in Schnitzel schneiden. Die Schnitzel in eine eingefettete Gratinform verteilen. Dann zwei Eigel und Zucker miteinander schaumig rühren. Ein Viertel Liter Rahm dazu. Und drei bis vier Esslöffel Galvados. Dann diesen Guss auf die Äpfel lehren. Und im Ofen 30 bis 40 Minuten überbachen. Diesen Äpfelgratin auf normannische Art servieren Sie am besten ein bisschen lauwarm. Das Rezept ist doch sehr lustig. Es steht in der GoP-Zeitung dieser Woche. Und morgen, nicht vergessen, den ganzen Tag im Teletextseiten 270. So viel für heute. Wir bedanken fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GoP Coca-Cola und Coca-Cola Light. Ein Liter statt 1,25 nur 90 Graben. Grobe Früchtequark, sechs verschiedene Sorten. Ein Becher statt 95 nur 75 Graben. Vorzugsbutter 100 Gramm statt 1,70 nur 1,40. Und 200 Gramm statt 3,35 nur 2,75. Vier Dosen Katzennahrung Chachachä statt 5,20 für nur 3,90. Und da noch eine grosse Aktion. Alle GoP Bohnenkaffee im 225 und 250 Gramm Paket sind jetzt 50 Graben günstiger. Und im 450 und 500 Gramm Paket 1 Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Linzer-Torte statt 3,50 nur 2,90. Sanguinelle Blut-Orange aus Italien im Netz an 2 Kilo nur 2,50. Und im Tragtaschen an 4 Kilo nur 4,80. Und das ist der Erlebnis-Hit von Popularis. Diese Traumreise nach Amerika gibt es schon ab 1'990 Franken. Auf Wiedersehen! Musik 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 Musik